Und Mayonnaise. Und Mayonnaise. Heute machen wir die Pioßchen. Zucka! 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 Eugen Große Fieder. Eugen Große Fieder. Eugen Große Fieder. Eugen Große Fieder. Heyo, 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 heyo. Heyo, 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 heyo. Zucka! Hey, hey, hey! Hey, hey! HomeofficeON L threut. Und heute machen wir den Reoholt fest. HomeofficeON. Oh, 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 oh! Heute mit Zirnke. Heute mit Zirnke. Heute mit Zirnke. Heute, people, range of milk. Als nächstes brauchen wir keinen Frischkäse. Als nächstes brauchen wir keinen Frischkäse. 9%. Ja, 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 ja. ja einfach nur gut und mega lecker einfach nur gut und mega lecker im start wir machen heute im start wir machen heute vogel vogel sondern die suppe in der zwischenzeit in der zwischenzeit in der zwischenzeit hatten wir ein paar laufe triemen einfach die die tue ist einfach 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 bis 8 fischermannzeugen am deck heute mit die politischen lesen die politischen lesen die politischen Wo ich einen Eintopf gemacht hat. Wo ich einen Eintopf gemacht hat. Und eine Atmos. Joho! 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 Mmmmm! Schnitt! Moin! Euer Schneehasen-Neugen ist hier! Moin! Euer Schneehasen-Neugen ist hier! Moin! Euer Schneehasen-Neugen ist hier! Und den mach schön rühren! Und den mach schön rühren! Okay. Beep 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 Halt! 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 Heute, 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 fangen wir ein paar, heute, heute, fangen wir ein paar Bohnen in die Pfanne. Bohnentastisch, 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 Bohnentastisch. Bohnentastisch.